Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu MyTime mit Porsche. Den Weinenkorb stimmt, den müssen wir noch abgeben, bevor wir einen neuen Auftrag annehmen können. Und die Dragonfly braucht immer noch sehr, sehr viel Kohlefaser. Wir können immer mal wieder beim Ziviltrupp vorbeischauen. Vielleicht haben wir tatsächlich Glück und können da inzwischen einen Auftrag aufgeben. Erstmal sammeln wir die Sachen ein und da hätten wir von Lee. Hey Sora, ich weiß nicht, was mich heute überkommen hat, aber ich habe ein bisschen zu viel gekauft. Ich teile den Überschuss mit meinen Freunden. Das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Pilzpfannkuchen mit Fruchtsauce. Yum, yum. Okay, euch geht's gut? Nee, ihr habt Hunger. Okay, wir müssen auch bald wieder Tierfutter herstellen. Da kriegen wir ein bisschen Leder. Ja, ähm, nehmen. Dankeschön. Und dann hier beim Mixer sind... Nee, gar nicht wahr. Beim Stall. Beim Stall ist das Futter drin. Und ich glaube aber fast, ich werde in absehbarer Zeit... Ich glaube wirklich, ich werde in absehbarer Zeit einfach die Fische da raus tun müssen, weil es... Doch auf Dauer ein bisschen... Oh, ich würde so gerne was mit Emily machen, aber... Ich habe ein bisschen Sorge, denn wir müssen ja tatsächlich irgendwann... Moment, ich gucke mal eben schnell in den Kalender. Ja, wir sollten heute und eventuell morgen sollten wir tatsächlich unsere... unsere Kohlephase ein bisschen beschaffen. Das heißt, ich würde die gute Emily jetzt ehrlich gesagt nicht auf ein Date einladen wollen. Wir machen hier so ein bisschen Dünger rein. Das wäre noch wichtig. Dann geben wir den Weidenkorb ab. Oh, der Aprikosenbaum wächst schon wieder nicht. Dann geben wir den Weidenkorb ab und danach... Gucken wir mal, ne? Ich würde fast sagen, wir gehen zur Ziviltruppe und schauen eben, ob wir inzwischen tatsächlich vielleicht hoffentlich einen Auftrag aufgeben können für Kohlephase. Und wenn nicht, falls es immer noch nicht gehen sollte, dann gehen wir einfach wieder selber in den Dungeon und kämpfen uns noch ein bisschen weiter durch. Ah, der Kopfsalat will schon nicht mehr wachsen. Die Pflümchen hier auch nicht. Pflümchen. Ist ein Pflümchen. Den hier müssten wir jetzt aber eigentlich genau... Den können wir auch... Auch gießen. Und das hier wieder weg. Den Rest sortieren wir ein. Sehr schön. Und der Weidenkorb, zu wem darf der denn, sag mal? Nee, Handelsauftrag... Mission bitte, Entschuldige. Ich wollte gar nicht auf das Hand... So. Ach ja, genau, zu Nora. Richtig. Dann suchen wir jetzt als erstes mal Nora. Und ich sollte natürlich dann wieder essen und alles mitnehmen. Oh je, es wollen aber viele was von uns. Geht aber gerade echt nicht so gut. Da ist Lee. Wo ist Nora? Müsste irgendwo in der... Die ist noch zu Hause. Sehe ich das richtig? Die fröhliche... Ich hab's nicht ganz gesehen. Okay, wo ist Nora? Da kommt sie. Wo kommt sie? Da oben ist sie. Perfekt. Dann können wir in den Handels... Hallo. Hi. Danke. Und möge Mutter Erde über dich wachen. Vielen, vielen lieben Dank. Dann gehen wir jetzt wieder und nehmen einen neuen an. Arbeitstier. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Wir gehen in die Handelsgilde zurück. Ist uns ja auch wichtig. Wir wollen auf Platz Nummer 1 sein. Wir lassen auf keinen Fall hier ins Gewinn und mit unserem Dad konkurrieren wir jetzt ja auch ein bisschen. Der hat sich natürlich schon die Rosine rausgepickt. 4 Holzsäulen, 1300, 1200 für 3 wasserdichte Lampen und Lee möchte Holzbrüder in die Kopf. Wir nehmen mal das hier von Quiwa an. Ich glaube sogar Holzsäulen haben wir noch. Von daher alles gut. Ich weiß nur nicht, ob wir 3 oder 4 haben. Aber es müsste auf jeden Fall reichen. Wir müssen jetzt nochmal zu unserem Häuschen. Denn ich würde ja ganz gerne... Es tut mir super leid, ihr beiden. Ich möchte ja gerne... Die Holzsäulen wären dann glaube ich hier drin. Einen nur noch. Hoppala. Ja gut, dann stellen wir wieder welche her. Ich hoffe, ich habe noch genug Holz. Das weiß ich jetzt nämlich tatsächlich nicht. Okay, wir haben genug. Können wir davon 4 machen. Unser schönes neues Schwert ausrüsten. Dann nehmen wir die Bronzebarren mit und tanken auf. Sehr schön. Ja, dann nun... Legen wir noch einmal schnell das hier weg. Das behalten wir. Und jetzt nehme ich mir wieder ein bisschen Essen mit. Ich bin mal nicht so überschwänglich wie letztes Mal. Ein bisschen weniger reicht auch. So. Die Ringe würde ich mitnehmen. Das Fleisch würde ich mitnehmen. Und vielleicht einfach aus unserer Medizinkiste. Die Wundsalbe. Und dann gehen wir nochmal bei Dr. kaufen. So. Letztes Mal waren wir zu früh da. Heute passt es von der Zeit her. Und diesmal müssen wir dann auch nicht aufpassen. So. Oh, und ich wollte gucken... Egal, jetzt sind wir schon auf dem Weg dahin. Den Handelsauftrag, da gucken wir einfach abends danach. Müssten wir da nach oben. Und hier dann über die Brücke. Das machen wir dann schon. Dann kriegen wir auch diese Münzen wieder. Und wir könnten uns theoretisch... Theoretisch könnten wir das mal ausprobieren, dass wir einfach besseren Loot bekommen. Dass wir einfach direkt vor der ersten Ebene, die wir uns aktivieren, dass wir da sagen, okay, ich hätte aber gerne einen Coin für besseren Loot. Und dann treten wir Ebene 11. Das sieht jetzt aber wieder nach der Mine aus, oder? Also nach der Eufaula-Wüste. Rein vom Ladebildschirm her. Und vom Bildchen, das man gesehen hat. Aber nein, es ist immer noch so. Guck mal, ich dachte, wir könnten hier vielleicht einfach so ein... Lucky Jelly Beans. More luck. Receive more materials as loot in the deep ruins. Ich würde mir das einfach mal, ähm... Oh, Mist, ich hab die ja... Stimmt ja, wir haben die weggelegt. Na gut, dann töten wir erstmal alles. So. Das Problem ist, ich sollte eigentlich mit dem Hammer kämpfen. Andererseits, das Schwert ist schneller als der Hammer. Könnte also durchaus auch Vorteile haben. Einfach beim Schwert zu bleiben. Ah, nein, 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 nein. Lass mich da raus. Oh, Mist. So, jetzt ist der Klingentänzer weg. Nein. Dann wird sich erstmal hier das, ähm... massikierte Scheusal weg. Dann den Zwacker. Oder beziehungsweise das andere Scheusal dann. Nein. Zuerst war der Zwacker weg. Und jetzt noch der Lahmschlein. War das alles? Oh, zum Glück. Und da haben wir unsere Wertung S. Das heißt, wir müssten eigentlich wenigstens... Ah, perfekt. Zweimal Kohlefaser, eine... Ne, auch zwei Challenger-Coins. Das heißt, jetzt könnten wir uns so ein Ding mal gönnen. Ah, wir probieren das einfach mal, weil wir es noch nicht hatten. Was wäre denn so das Teure? Eating this traditional soup will give you full comfort feeling, full resource. Okay, das wäre, glaube ich, das Teuerste mit drei. Attack, Power and Defense. Macht aber auch Sinn, dass es teuer ist. Geschützt zu sein. Das wird die Defense hochmachen. Verstärkt den Angriff. It'll help you increase your Level-Scoring. Das heißt, wir kriegen hier bessere Gesamtwertung. Mehr Leben. Aber wir probieren erst mal das hier. So. Ein Challenger-Scoin. Habe ich den jetzt eigentlich schon benutzt, dieses Essen? Ja, das habe ich scheinbar schon drin. Auch wenn man es wohl nicht sieht. Das sieht aus wie beim letzten Mal. Nur, dass wir eben hier jetzt diesmal die Giftsuppe sehen. Die haben wir letztes Mal gar nicht zu Gesicht bekommen. Die waren aber sehr wahrscheinlich auch schon da, oder? Ich muss hier raus. Das Gift ist echt nicht schön. So. Aber das war ja noch nicht alles. Das maskierte Scheusal wieder. Und der Lahmschleim. Und wenn es nett ist, dann gibt es auch keinen Respawn. Es gibt keinen Respawn. Perfekt. Gucken wir einfach nur hier rein und machen alles kaputt, was wir finden. Öffnen uns jede Kiste. War eine Apfelringe eben drin? Ach, da ist noch ein Lahmschleimi. Und der hat uns ein bisschen erwischt. Es scheint aber tatsächlich sonst nichts hier drin zu sein. Machen wir noch die Kiste kaputt. Und diese hier. Und wir können... Ach nee, weil da drüben sind auch mal zwei. Und dann können wir jetzt raus und sind fertig. Sehr wahrscheinlich kein S-Ranking mehr. Buff-Gegenstände vielleicht... Ich weiß nicht, ob es an den Buff... Nee, es liegt an der Zeit, sehr wahrscheinlich. Und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich viel davon gemerkt haben. Deswegen, ich würde es einfach mal lassen. Also, jetzt würde ich nicht wieder irgendwelche Verstärker kaufen. Aua. Sag mal jetzt. Okay, die ziehen uns doch einiges ab. Und das sind so viele von denen. Warte mal, hier vier. Wenn das so viele sind, haben wir definitiv bessere Karten, wenn wir den Hammer haben. Weil der eben doch Stunt und uns ein bisschen was vom Hals hält. Und außerdem mehr Bums hat. Dann machen wir einfach auch ein bisschen mehr Schaden. Es kann sein, dass Respawn kommt. Aber nein, wir haben Glück. Hier drin könnte noch. Ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir weiter. Ein S-Ranking wieder. Verdichteter Edelstein und drei Challenger-Coins. Ich würde jetzt allerdings... Ah, das brauche ich woanders. Habe ich mir noch irgendwas eingepackt, was uns Energie... Nein. Dann würde ich erstmal sagen, wir essen was. Denn hier sind wir ja praktisch zwischen den Ebenen. Apfelringe können auch nicht schaden. Nochmal ein bisschen Fleisch. Und dann machen wir das einfach heute mal so den Tag über. Denn, ja, wir brauchen wie gesagt 50 Kohlefasern für unser Flugzeug. Wir haben jetzt glaube ich gerade 20. Oder haben wir 20? Wir brauchen 40. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls brauchen wir ja super viele Kohlefasern. Und die kriegen wir nun mal im Moment am zuverlässigsten hier. Und mit am zuverlässigsten meine ich auch nur, es ist ein bisschen mehr als sonst teilweise. So. Weiter geht's. Drei Schläge. Lahm Schleimi muss auch schon mal weg. Oh, das sind aber viele von den Springtänzern. Ja, da sind wir definitiv mit dem... Mit dem... Mit dem Hammer besser beraten als mit allem anderen. Kann ich diese Kisten kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Dann schnell weiter. Au. Ich habe nicht aufgepasst. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Ich war schon so auf den Raum danach fokussiert, weil ich dachte, okay, da kommt noch ein Raum. Aber das ist glaube ich einfach schon das Ende. Genau. Und auch wieder S. Also meistens kriegen wir ein S-Ranking. Das ist ganz gut. Weniger gut ist natürlich, wenn wir immer inzwischen... Wenn wir immer zwischendrin vergiftet sind. Und da ist schon wieder ein Boss. Jetzt könnte es sich eventuell lohnen... Jetzt könnte es sich eventuell lohnen, wenn wir ein paar von unseren Challenger-Coins ausgeben. Ich weiß noch nicht, ob es sich mit dem Loot lohnt. Denn so viel Loot geben die ja gar nicht, glaube ich. Ich sollte weniger schnell das Fleisch essen. Ich glaube, das stapelt sich nicht unbedingt. Wie viel habe ich denn von den Münzen? Neun Stück. Joa, was könnten wir denn da nehmen, ne? Wir könnten das hier wieder machen für besseren Loot. Und wir könnten ein bisschen mehr Angriff machen. Der kostet... Level Scoring. Kriegen wir mehr Leben? Den Angriff... Der kostet zwei. Health and Stamina. Ich probiere einfach mal wieder das hier. So. Haben wir das benutzt. Und dann hoffen wir einfach, dass wir es schaffen und gegen ihn nicht verlieren. Das wäre ein bisschen... Das wäre jetzt doof. Autsch, da hat er uns erwischt. Ist aber noch nicht schlimm. Wir kriegen den gut weg. Guckt mal, da liegt er schon wieder am Boden. Und sobald er liegt, haben wir eigentlich relativ leichtes Spiel mit ihm. Da müssen wir ihn nur durchprügeln. Und er wird durch den Hammer immer wieder gestumpt. Und wenn er gestunnt ist, kann er nicht angreifen. Das ist eigentlich perfekt. Da haben wir jetzt eigentlich das gut ausprobieren können mit dem Loot. So, der Chemie aus Sitziges Geschichte. Zweiten Boss gibt's hier nicht. Jetzt kann ich für die Kisten wieder das Schwert nehmen. Das ist schneller einfach. Am allerschnellsten wäre es vermutlich, wenn wir hier irgendwie eine Schusswaffe benutzen würden. Und da geht's durch. Dann sind wir in unter einer Minute fertig geworden. Das ist ganz gut. Und es gibt trotzdem ein S-Ranking. Sehr schön. Kriege ich bitte Kohle-Phase? Nein. Okay. Weiter geht's. Wir machen das noch... Oh Gott, haben wir überhaupt noch Zeit? Ja, doch. Wir haben noch. Okay. Also hier gehen wir einfach rein und... Wir gehen hier einfach... Ja, wir machen einfach weiter bis... Ich weiß nicht. Ein bisschen noch, oder? Ich weiß, hinter uns ist auch was gerespawned. Und damit meinte ich nicht das Lahmschleimi. Sondern hier. Zwei Lahmschleimi, so ein Zwacker. Also, schwierig sind die Gegner nicht. Ich glaube, das erste Mal haben wir einfach nur... Sind wir nicht allzu weit gekommen? Weil ich hab ja halt nicht mehr so viel... Oh Gott, dreimal respawn. Das ist ja unangenehm. Dann sind es auch noch Springtänzer und so ein blödes, maskiertes Scheusal. Ich mag dich nicht wegen dem Knockback. Das sollen nur wir können. Und nochmal Hilfe. Jetzt wollen sie uns aber wissen, ob wir hier durchkommen, ne? Und noch ein Lahmschleim. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es, glaube ich. Dann schnell durch, aber das wird etwas über eine Minute. Ah, wegen der Zeit. Wenn wir es unter einer Minute geschafft hätten, hätten wir sehr wahrscheinlich ein S-Ranking bekommen. Ein Saphir. Na gut. Wir gehen einfach mal weiter. So lange uns tendenziell eher die... Oh je. Ja, es wird langsam echt fies. Wenn wir jetzt in die falsche Richtung den Knockback bekommen, dann werden wir eben in... In das Gift... In die Gift... Drüsen. Schübe. Was weiß ich was. Die Gift... Ähm... Ventile. Ihr wisst, was ich meine. Dann werden wir da reingepufft. So, da komme ich jetzt eigentlich nicht durch, ohne mich nochmal zu vergiften, außer ich warte kurz. Tschüss Lahmschleimi. Und ich bin sicher, da kommt auch wieder ein Respawn. Das tut mir doch nicht den Gefallen und macht hier keinen Respawn in diesem Level. So. Kein Respawn? Ich bin positiv überrascht. Schnell hier durch. Kisten hier drüben zerstören und weiter. Ja. Sehr wahrscheinlich ist... Sind 59 Sekunden das, was wir brauchen dürfen, damit wir noch ein S-Ranking bekommen. So. Ein paar Apfelringe für die Ausdauer. Die geht Gott sei Dank gerade bei uns schneller runter als unser Leben. Was ich wirklich gut finde. Ich meine da wirklich Gott sei Dank. Denn Ausdauer. Wir haben so viele Apfelringe. Und vor allem können wir mehr Ausdauer als Leben wiederherstellen. Okay. Ich habe jetzt gar nicht mitgeguckt, auf welcher Ebene wir sind. Das ist 20 Uhr. So. Das erstmal machen. Ein kleiner Raum. Das kann schlecht für uns sein, kann aber auch gut sein. Okay. Hat uns nicht so viel gebracht, denn die sind alle draußen gerespawned. Vermutlich dürfen wir jetzt öfter mal hier durch. Rein und raus aus dem kleinen Raum. Wenn ich an die andere Ebene denke, glaube ich nicht, dass wir jetzt... Ach na doch, wir sind schon fertig. Ja, das ist ja super. Dann durch. Und öffnen. Okay, wie viel Kohlephase habe ich bisher? Fünf. Oh Gott, das wird so lange dauern. Das wird so furchtbar lange dauern. Insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass wir nach und nach dann auch immer mehr Zeit brauchen, um die Level abzuschließen. Es wird dann ja schwieriger. Nehme ich an, zumindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer... Oh, da stehe ich aber voll im Gift. Das war jetzt nicht so klug. Oh, das ist mir jetzt aber so ein bisschen unangenehm. Jetzt bin ich gestorben. Nee. Verloren habe ich aber nichts, oder? Nein. Okay. Da, ich dachte, wir hätten noch Leben. Das ist, weil wir in diesem blöden Gift drin gestanden sind. Autsch. Na gut. Na gut. Für morgen kein Date. Für morgen heißt es nochmal da rein. Beziehungsweise jetzt aber erstmal kurz bei der Handels... Nicht Handelsgilde. Quatsch. Ah, was rede ich für ein Mist. Erstmal bei der Ziviltruppe vorbei. Bei Arlo ausweinen und sagen, dass wir versagt haben. Hallo, wir haben Aua. Puste mal drauf. Nee. Aber einfach gucken, ob wir da inzwischen vielleicht tatsächlich für Kohlefaser... Es steht ja dran. Das müsste irgendwie gehen. Andererseits... Ich habe natürlich, glaube ich, auch noch nicht überall... War ich schon bei allen Ruinen komplett durch? Ist dir das zufällig? Oder haben wir die in der Eufaula-Wüste? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es in der Eufaula-Wüste Kohlefaser gibt. Das halte ich einfach für eher unwahrscheinlich. Äh, wo? Da. Hier ist es. Oh, Mann. So, rein mit uns. Die FPS sind gerade... Ich verstehe es manchmal nicht, warum an manchen Stellen im Spiel die FPS tierisch runtergehen. So, Aushänge. Gucken wir doch mal von unten. Ingelsmine. Untere Ebene. Nein. 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 Kläranlage. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wir könnten es da nochmal in der Ingelsmine versuchen, ob es da nochmal irgendwas Tieferes gibt, wo ich noch nicht drin gewesen bin. Denn hier gibt es definitiv keine Kohlefasern. Außer ich übersehe irgendwas. Dann gehen wir am nächsten Tag mal in die Ingelsmine rüber. Die Wahrscheinlichkeit ist sowieso recht hoch, dass wir Quiever da finden. Oh Gott. Es hat hier gerade ernsthaft 15 FPS. Und hier sind es jetzt wieder 60. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich nicht. Das Spiel... Oh, da ist Penny. Hi. Ich kann verstehen, dass es dir hier gefällt. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut, dass wir wirklich bei strömendem Regen auf die Sterneninsel gefahren sind. Aber mein Gott. Passiert halt mal. Aber ernsthaft, die FPS... Falls jemand das noch spielt... Also auch spielt. Habt ihr auch solche FPS-Einbrüche teilweise? Ich bin auf dem... Ich glaube, ich bin auf dem Porsche-Discord-Server. Und vielleicht müsste ich da einfach mal ganz freundlich drauf hinweisen, dass es an manchen Stellen im Spiel so ganz random und eigentlich ohne ersichtlichen Grund, weil eigentlich sollte es... Ich meine, das war vor der Ziviltruppe. Vorm Hauptquartier der Ziviltruppe. Und da ist ja nichts. Da waren nicht mal NPCs. Und es ist so unwahrscheinlich, dass es genau da zu FPS-Einbrüchen kommt. Und das ist irgendwann ganz, ganz komisch, ist das. So. Was machen wir denn jetzt noch? Außer schlafen gehen. Ich würde fast sagen, wir gucken, dass wir in der nächsten... In der nächsten Folge erst da runter gehen. Dann würde ich gerne vielleicht noch hier meine Fische rausnehmen, damit ich die nicht... Genau. Damit ich meine Fische... Ich will die nicht verkaufen und nicht töten oder sonst irgendwas. Ich würde die einfach nur sehr gerne. Ich würde die einfach nur sehr gerne, damit wir sie nicht immer wieder füttern müssen. So, beim Krimskrams. Den könnte ich aufstellen. Jetzt machen wir erstmal hier alles sortieren, bitte. Dankeschön. Das muss in Medizin und... Und Essen rein. Und für irgendwas wollte ich doch eine größere Kiste aufstellen, oder? Datachips? Ich weiß es nicht mehr. Bei den Edelsteinen sind jetzt... Wir haben davon schon einige, ja. Ähm. Jetzt wollte ich in meine Krimskramskiste gucken und dachte mir, ich stelle vielleicht noch ein paar Sachen auf. Balance. Verstärkt den Angriff. Die könnten wir aufstellen. Das hier ehrlich gesagt nicht so. Also, Verteidigung, den stellen wir auf. Wir haben immer zu wenig Verteidigung. Der bewirkt gar nichts, aber den können wir trotzdem irgendwann aufstellen. Der macht auch... Beziehungsweise die macht auch nichts. Das können wir draußen aufstellen und das auch. Angriff. Das können wir aber trotzdem aufhängen. Und wir könnten theoretisch nochmal so eine Fallenkiste aufstellen. Dafür brauchen wir von unseren Gartenprodukten... Dann könnten wir das nämlich am nächsten Tag machen. Ich glaube, wir brauchen einen Kopfsalat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das würde ich jetzt, um ehrlich zu sein, zuerst machen. Das kommt draußen aufgestellt. Das auch draußen. Die machen das mal eben noch schnell. Jetzt beim Baumwolllama hat es ja nicht funktioniert. Das war ein bisschen zu schwierig. Aber vielleicht haben wir mit dem bunten Lama mehr Glück. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir umkippen würden. Ich habe vergessen, den Käfig mitzunehmen, oder? Okay. Ah, wir brauchen auch Kurumin. Okay. Kopfsalat und Kurumin. Das heißt, ich müsste sowieso nochmal... Das können wir aber gar kein Problem aus dieser schönen Kiste holen. So, Kurumin. Der müsste in unserer Garten- oder Sammelkiste sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Dann ist er in der Sammelkiste. Erstmal aber die Krimskram-Kiste für das hier. Und dann die Sammelkiste für den Kurumin. Sammelki... Nein. Ist der in dem... Bei Essen 2 drin? Nee. Das ist mein Kurumin. Moment. Das kriegen wir hin. Wende, Bögen, Waffen, Stahl, Sortiere, seltene Drops. Sammelkiste. Hier ist er dann drauf. Nee. Produkte... Kann... Nee. In unseren Produkten kann er nicht dann Monster-Drops. Das ist er auch nicht. Mixer auch nicht. Wo ist mein Kurumin hin? Garten. Das ist er auch nicht dran. Wo ist der denn? Früchte. Ah, ein Früchte ist er. Oh, da haben wir aber nicht viel von. Aus dem Bauernladen können wir da aber einen neuen kaufen. Das ist gut. Ich nehme mal nur einen mit, weil wir glaube ich noch... Wobei, wisst ihr was? Ihr nehmt mal das mit. Und hier würde ich auch mal einen abspalten, damit wir es nachher einsortieren können wieder. Der eine wieder in die Gartenkiste. Wie doof das halt ist, ne? Dass wir da eben gestorben sind. Für die Fallenkiste. Da können wir dann das bunte Lama fangen. Also platzieren wir das mal. Erfolgreich eingesetzt, vergiss nicht morgen danach. Ja, da gucken wir danach. Gar kein Problem. Ich gehe nur in der Ingle-Mine vorbei. Und jetzt könnten wir hier erstmal 6. Day of Memories. Können wir, weiß gar nicht, hier hinten irgendwo aufstellen. Bitteschön. Dann haben wir hier den Day of Memory. Diese schönen Karpfenflaggen würde ich ganz, ganz passend eigentlich gerne hier neben meine Aquarien setzen. Und dann gehen wir jetzt rein. Und gucken, dass wir drin noch was aufstellen. Nämlich. Das Bild hängen wir auf, die Balance hängen wir auf. Und den kleinen, den kleinen Roboter. Das ist das Erste, was ich aufstellen möchte. Denn wenn ich mich richtig erinnere. Äh, nein. Nein, nein, nein. Nein, so nicht. So nicht. Der muss bitte gedreht werden. Teginas hier. So. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, dann hatten wir doch Verteidigung. Gesundheit, Ausdauer, Angriff, Verteidigung braucht noch ein bisschen Boost. Angriff kriegen wir auch. Da haben wir ja die Balance, glaube ich. Öffnen. Ach, da kann man Sachen drauflegen. Geht das? Reine Neugier. Geht das hier? Tatsache, wir können die da drauflegen. Okay. Ähm, Moment. Moment, Moment. Es wird spät. Das heißt, ich würde gerne erstmal die Sachen hier weg sortieren. Und dann hängen wir noch dieses schöne Bild auf. Das hübsche Bild, das hängen wir noch. Oh Gott, wo hängen wir das denn hin? Geht's in unserem Schlafzimmer irgendwo? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da, hier wird's doch schön aussehen, oder? Guck. Oh, die Katze. Wie süß. Okay, Moment. Äh, nehmen. Oh, nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich das Katzenbild nochmal nehmen. Moment. Komm ich da nochmal dran? Ich komm da gar nicht mehr dran. Na gut, dann würde ich mal sagen, die Folge wird zu lang, wenn wir jetzt noch irgendwas machen. Also, ich geh mal ins Bett und schlaf einmal. Ich würde mich dann jetzt von euch verabschieden. Wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal einen Tag dran hänge, selbst bei einem halben Tag sind wir bei, vermutlich über einer Dreiviertelstunde. Ich versuch jetzt nochmal kurz dieses Bild hier. Das ging ja letzt... So, müsste aber gehen. Hier müsste ich rankommen. Ich würde es nämlich gerne ein ganz kleines Stückchen weiter nach... Kann ich dich bitte haben? Bild. Ich krieg das nicht. Ich krieg das Bild nicht. Ich krieg das Bild nicht. Verdammt. Ich wollte es eigentlich ein Stückchen weiter nach links hängen. Ah, jetzt geht es. So, hier wollte ich es hinhängen. Da hängt es besser, oder? Da sieht es besser aus. Ist ein bisschen hoch. Dann haben wir da Pinky, da drüben ist Moritz. Sehr schön. Guti. Dann, was ich auch noch ausprobieren wollte eigentlich, das war hier meine Pflanzen hier auf unsere schöne Dings stellen. Das müsste doch eigentlich... Das geht gar nicht. Aber es sollte gehen, theoretisch. Na gut. Na gut. So. Wir fangen den Tag nächstes Mal neu an. Mir geht es nur ein bisschen darum, dass wir hier... Angriff 91 von 90. Das hat funktioniert. Der Angriff wurde durch die Balance vollends gesteigert. Und wir könnten jetzt theoretisch schauen, ob wir irgendwo nochmal was haben, was wir aufstellen können. Wie zum Beispiel die Nähmaschinen und die Sachen. Da ist meine Krimskramskiste noch. Dann gucken wir da einfach nochmal schnell rein. Ah, wobei, bringt ja gar nichts. Ich muss das ja sowieso dann nochmal neu machen. Ach, Mist. Dann können wir das Bild aber auch tiefer hängen. Na gut. Wir wissen aber, was wir machen. Ich hoffe, ich denke dann nächstes Mal auch dran. Denn jetzt muss ich erstmal ganz schnell rendern. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Es ist schön. Wir werden Sonne bekommen. Das ist toll. Macht euch noch einen flauschigen Tag. Ich vermisse die Fische irgendwie. Naja. Macht euch noch... Jetzt zum dritten Mal, ne? Einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei MyTime mit Porsche. Bis dahin. Bye, bye.